Herzlich Willkommen beim Stempelpalast. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingekommen und ich möchte auf dich trinken. Prost! Natürlich nur mit Wasser, weil wer mich kennt, der weiß, ich trinke keinen Alkohol, aber kommt trotzdem von Herzen. Ja, ich möchte mit euch einen kleinen Rückblick, Ausblick machen. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen kurz fassen. Gerade eben habe ich dieses Video schon mal gedreht. Das war etwa eine Stunde lang. Es hat auch technisch leider nicht funktioniert, sodass ich das jetzt noch mal machen muss und dann jetzt hoffentlich auch etwas kürzer mich fassen kann. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich möchte mit euch noch mal ganz kurz 2017 Revue passieren lassen. Ich habe im Januar mein erstes Teammitglied dazu bekommen. Im Februar war ich lange krank. Im März war ich auf der Kreativa und habe die ersten Auftragsarbeiten angenommen. Im April war on stage Amsterdam. Total gut, ein mega Event. Und ich habe im April mein allererstes Video gedreht, tatsächlich zum Thema Hintergrundgestaltung mit Murmeln. Und ich mir die heutigen Videos angucke und das Video, das ist schon sehr Kinderschuhe, aber das war der Anfang zu dem, was es heute ist. Und da bin ich schon sehr stolz drauf. Ich habe im letzten Jahr einen Kurs gemacht bei einem ganz tollen Menschen, der heißt Ludwig Lindekogel. Und dieser Kurs heißt Kameranervosität überwinden, die mir sehr geholfen hat, dieses Face-to-Face heute so über die Bühne zu kriegen, wie ich das über die Bühne kriege. Es ist immer noch nicht perfekt. Es gibt noch viele Dinge, die mich stören, aber ich finde, man kann es zumindest schon mal gucken. Also, wenn auch du Bock hast auf so ein Seminar, schreib mich an. Soweit ich das richtig gelesen habe, gibt es das im Januar wieder. Es kostet auch kein Geld. Also, wenn es dich interessiert, melde dich bei mir. Ich stelle da gerne einen Kontakt her. Im Mai haben wir... Ach, wir haben im April angefangen. Genau. Mit Catch the Sketch tatsächlich. Susanne und ich, damals noch mit meiner Stempelschwester, die allerdings aus zeitlichen Gründen aussteigen musste, machen Susanne und ich das jetzt seit April. Im April hatten wir einen monatlichen Sketch. Seit Mai geht das 14-tägig. Wir sind mittlerweile eine kleine, süße Gemeinschaft von Leuten, die immer wieder mitmachen und ich finde das total toll. Das macht mega Spaß und freue mich, wie sich das weiterentwickelt. Aber es geht tatsächlich schon seit April. Im Mai war tatsächlich auch nicht ganz so viel los. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe viel gewerkelt und gemacht. Im Juni war der erste Workshop und die erste Bastelparty bei mir zu Hause. Das, was jetzt eine monatliche Institution geworden sind und auch schon regelmäßige Teilnehmer hat, hat im Juni angefangen. Workshop und Bastelparty. Im Juli war ich voll mit Auftragsarbeiten. Denn im August war eine Perlenhochzeit, für die ich Gästegoodies gebastelt habe, eine Explosionsbox gebastelt habe für das Geschenk und ja, da hatte ich gut zu tun. Im September war der Monat, wo ich tatsächlich ganz viel unterwegs war. Ich war auf dem, äh, oh, ich war auf dem Stempelmecker. Ich war auf dem Statistik. Ich war in Klangspüll bei Sonja Schulte und ich habe unfassbar viele Geburtstagskarten gemacht. Im Oktober habe ich euch mein Technikbuch gezeigt, an dem ich über den Sommer gewerkelt habe, mit der Rasierschaumtechnik. Und wir haben angefangen, Stempelpalasttechnikbuch zu erstellen, wo ich euch einzelne Techniken zeige im Video und wir so ein Buch zusammenbauen. Das geht seit Oktober, jeden Sonntag, auch immer noch tatsächlich, fängt am 7. Januar wieder an. Im November war Onstage, jawohl, in Mainz auch wieder ein Mega-Event. Ihr habt Videos gesehen, ihr habt die Swaps gesehen, ihr seid also echt im Bilde. Und das Kartenbuffet, was euch also auch durch den Großteil des November begleitet hat. Das war ja Anfang November und da habe ich fast den ganzen November Fotos von zeigen können. Das war also blogtechnisch sehr schön, weil ich viel vorarbeiten konnte. Denn die freie Zeit brauchte ich tatsächlich für die ganzen Weihnachtsbasteleien, die mich hier erreicht haben und die ganzen Aufträge, die mich hier erreicht haben, hatte ja Ende November den Adventskalender abgedreht, den ich von Anja bekommen habe. Total tolles Teil. Ich habe wirklich Spaß gehabt daran, die Tage auszupacken, auch wenn ich sie nicht erst an dem Tag ausgepackt habe, sondern schon ein paar Tage vorher. Um mir blogtechnisch und postentechnisch ein bisschen Luft zu verschärfen, weil ich musste ja 50 eigene Weihnachtskarten basteln und ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Kundenaufträge bearbeitet, musste tatsächlich auch zum Schluss schon Kundenaufträge ablehnen, weil ich es einfach auch bis Weihnachten nicht mehr geschafft habe. Dann haben wir im Dezember die Weihnachtsfeier gehabt und unser tolles, großes Gewinnspiel. Und ja, ich war das Jahr mega überrascht, was sich alles so ergibt. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das war ganz, ganz toll. Und wenn ich heute meine Karten angucke im Verhältnis zu vor einem Jahr, finde ich, das sieht man auch. Da bin ich ein kleines bisschen stolz drauf, wenn ich das sagen darf. Es hat sich ganz vieles einfach gefügt und passte so zusammen. Und ja, nun bin ich eigentlich wirklich froh und stolz, was in diesem einen Jahr mit dem Stempelpalast schon passiert ist. Ja, das bringt mich dann auch gleich zum Ausblick für 2018. Wir fangen mit den schlechten Nachrichten an. Es wird, ich hoffe, nur im ersten Vierteljahr 2018 nicht mehr jeden Tag einen Blogbeitrag geben. Ich habe ganz viel administrative Arbeit vor mir. Ich möchte gerne die HP überarbeiten. Die soll umziehen. Also es gibt ja einmal meinen Blog stempelpalast.blogspot.de Und es gibt auch meine HP stempelpalast.de, die ich irgendwann in so einer Nacht- und Nebelaktion mal eingerichtet habe, die mir aber weder gefällt, noch funktioniert sie so, wie ich das gerne hätte. Sie ist auch nicht gepflegt. Und sie wird jetzt also erstmal umziehen zu einem anderen Provider. Dann wird sie umgebaut auf WordPress. Und dann soll es funktionieren. Das dauert allerdings ein bisschen Zeit. Und die brauche ich für diese Hintergrundarbeiten einfach, sodass ihr also weder auf der HP noch auf dem Blog oder irgendwo was seht, müsstet euch da einfach ein bisschen gedulden. Mein nächstes Problem ist, dass ich mit dem Videoschnittprogramm, mit dem ich aktuell arbeite, so ein bisschen an meine Grenzen komme und mich mit einem neuen Videoschnittprogramm auseinandersetzen muss. Auch dafür brauche ich ein bisschen Zeit, damit ich für euch hübsche Videos machen kann. Und damit das hinterher alles wieder vernünftig funktioniert. Ja, so werde ich also aktuell nicht jeden Tag einen Beitrag posten können. Ich habe mir aktuell vorgenommen, wenigstens jeden zweiten Tag was zu posten. Ich kann dir im Moment noch nicht versprechen, dass das auch wirklich funktioniert, aber ich gebe mein Bestes. Euch nach wie vor natürlich Karten und Verpackungen und Ideen und Farben und Katalogartikel und alles Mögliche zu zeigen, nur eben nicht mehr jeden Tag. Ja, dann kommen wir aber auch schon zu den positiven Sachen. Also, ich kriege eine neue HP. Tada! Das mit den Videos wird noch ein bisschen hübscher, hoffe ich. Mein Logo, was ich, ich glaube, im November gekriegt habe, nee, ich glaube Ende Oktober war das schon. Das müssen wir noch mal ein bisschen überarbeiten. Nachdem nämlich die erste Euphorie verflogen ist, war dann so zwei, drei Kleinigkeiten. Ich muss mal schauen, ob sich das noch beheben lässt oder ob ich mir noch ein neues Logo zulegen muss. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Wird sich aber auch im Frühjahr klären. Dann haben wir Events. Es steht an, On Stage in Wiesbaden im April. On Stage im November. Ich hoffe, ich kriege Karten. Wir sind im Moment so, so viele, die dahin möchten, dass man also tatsächlich sich wirklich frühzeitig anmelden muss, damit man Karten kriegt. Ich hoffe, dass das klappt. Ich bin am, ich glaube, ersten Märzwochenende auf der Burg, was auch immer das heißt. Ich bin total gespannt. Ich habe ja ein Team des Herzens. Also einmal habe ich ein ganz tolles Team, in dem ich hänge mit meiner Stempel Oma und da bin ich unheimlich gerne und das macht Spaß und das bringt mich voran. Das ist meine tatsächliche Ab-Ab-Line, also meine Stempel Oma. Und ich habe aber auch ein Team des Herzens, dass wir sind eigentlich also gar nicht irgendwie miteinander verbandelt, sondern nur befreundet. Und ja, mit diesem Team des Herzens gehe ich auf der Burg stempeln. Da freue ich mich mega drauf. Dann gibt es Klangsbüll. Klangsbüll 2017 heißt, ich weiß noch nicht, wie der Ort heißt, 2018. Sonja hat eine andere Location ausgewählt. Da freue ich mich auch mega drauf. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das das letzte Septemberwochenende. Und dann haben wir noch ein Event in Hamburg, über das ich nachdenke. Also in Uetersen heißt es, glaube ich, da oben. Das ist Ende März. Da muss ich mal schauen, wie das so in den Plan reinpasst. Ja, dann ist Statistik. Da müssen wir noch mal schauen. Soweit ich weiß, ist das auch im Frühjahr irgendwann. Müssen wir auch gucken, wie es in den Plan passt. Bock hätte ich in jedem Fall. Aber müssen wir mal gucken, wie es zusammenpasst. Ja, dann haben wir Stichtag 28.2. Da muss ein Kartenfalttechnikbuch fertig sein. Also ich habe eine Kartenfalttechnik zugewiesen bekommen. Sowie im letzten Technikbuch die Rasierschaumtechnik. Gibt es jetzt eine Kartenfalttechnik. Die muss ich dann, ich glaube, 45 Mal machen. Wegschicken. Und dann kriege ich mein Kartenfalttechnikbuch. Auch das falle ich euch natürlich wieder und zeige es euch alles. Da könnt ihr euch drauf freuen. Stichtag 31.3. und 30.4. haben wir noch mal Technikbuch 2 und 3. Technikbuch 1 hatten wir ja letztes Jahr. 2 und 3 kommen dieses Jahr hinterher. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber es wird natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ja, und dann halt die Swaps für Onstage und für alle anderen Events. Also es ist noch gut was los. Und ihr kriegt auch gut was zu sehen. Und es gibt nach wie vor I'm bringing birthdays back. Falls ihr eine Geburtstagskarte zu eurem Geburtstag haben möchtet, könnt ihr euch in die Liste eintragen, die ich hier drunter verlinke. Dann schicke ich euch eine Karte zum Geburtstag. Wenn ihr nicht sowieso schon eingetragen seid. Habe ich was vergessen? Tschuck, 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 tschuck. Ja, ich habe noch was vergessen. Ich habe heute Morgen tatsächlich die Themen für das Januar Technikbuch fertig gemacht. Wir haben am 7. Thema Bruschow. Das sind kleine Pulverdöschen mit Farbe drin, die mit Wasser reagieren. Die gibt es im neuen Frühjahr-Sommer-Katalog. Und ich zeige dir, wie es funktioniert. Wir werden hier schön rummatschen mit Farbe. Da freue ich mich drauf. Dann matschen wir am nächsten Wochenende gleich weiter. Denn zu der Strukturpaste, die wir schon im Jahreskatalog haben, gibt es im Frühjahr-Sommer-Katalog jetzt noch Paste in Schimmerweiß und in Silber. Die ist sehr viel flüssiger als unsere Strukturpaste. Und da werden wir auch gemeinsam ein bisschen rummatschen, wenn wir schon mal dabei sind. Am 21. wird es dann etwas nicht matschiger. Am 21. kümmern wir uns um die Stamping Blends, also um unsere Alkohol-Marker. Und ich zeige euch den Unterschied zu unseren Ride-Markern, die wir ja auch im Katalog haben. Und am 28. geht es dann um unsere Aquarellstifte, quasi also die Buntstifte, die man dann mit Wasser vermengt, um Aquarelltechniken zu machen. Das schauen wir uns im Januar an. Das ist der Plan fürs Technikbuch. Jetzt gucke ich nochmal eben wieder auf den anderen Zettel. Genau. Es wird so bleiben, dass wir am letzten Freitag im Monat Workshop haben. Ich bin immer noch nicht ganz ausgebucht, sodass es also im Moment noch keinen Alternativtermin gibt. Sollte sich das so weiterentwickeln, wie sich das letztes Jahr angekündigt hat, wird es irgendwann in diesem Jahr dann tatsächlich noch einen zweiten Workshop geben, einen zweiten Tag. Ich muss mal gucken, wie das so passt, wann ich das noch machen kann. Ob das vielleicht ein Donnerstag wird oder dann der Samstag wird, wo ich eigentlich Bastelparty habe. Diese Bastelpartys könnte ich ja auch etwas individueller gestalten und müssen nicht fest einmal im Monat sein. Da muss ich einfach nochmal gucken. Auf jeden Fall aktuell immer noch letzter Freitag im Monat, 20 Uhr, 8 Euro Workshop. Dann Kartenbuffet, 27.01. und 24.02. jeweils von 10 bis 16 Uhr. Thema ist rund ums Jahr, also Geburtstag, Taufe, Geburt, Hochzeit, Muttertag, Valentinstag, Ostern, was du dir so vorstellen kannst. Ich habe sieben Projekte im Auge, also sieben Karten und drei Verpackungen. Daraus kannst du dir fünf aussuchen. 15 Euro kostet das Kartenbuffet inklusive Kartoffelsalat mit Würstchen zur Mittagszeit. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich habe auch schon so ein paar Ideen für die Karten. Das wird also das sein, was ich auch im Januar einfach noch tun muss. Am 24.02. das Kartenbuffet ist ganz identisch zu dem im Januar. Es ist einfach nur der zweite Termin, weil ich so viele Interessenten habe. Und da machen wir also exakt dasselbe. Und dann gibt es bei mir einen Kreativaustausch, einen Kreativtreff. Der wird ab 2018 ins Leben gerufen. Viermal im Jahr gibt es den. Termin ist dann der letzte Samstag im Monat März, im Monat Juni, im Monat September und im Monat Dezember. Also 31.03., 30.06., 22.09. und 29.12. Schreibe ich natürlich auch unten nochmal in die Infobox und lese sie dann ja auch auf dem Blog und bei Facebook und überall. Dieser Kreativaustausch soll ein nettes Beisammensitzen bei Kaffee und ein paar Keksen sein, wo wir einfach darüber sprechen. Ich weiß nicht, meine Schwester hat Geburtstag und ich möchte ihr was machen. Hast du eine Idee oder wie funktioniert eigentlich Washi Tape? Oder hast du mal einen Tipp für, warum geht das nicht oder so? Ihr dürft hier alle Fragen stellen. Ihr dürft hier in den Katalog gucken. Ihr dürft hier ausprobieren. So wird Katalogparty, Entschuldigung, Kreativtreff sein. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Noch bin ich ja das Jahr noch ganz frisch. Gucken wir mal, wo die Reise so hingeht. So und dann, zu guter Letzt, habe ich für euch ein Weihnachtsgeschenk. Eigentlich sollte dieses Video ja tatsächlich schon Weihnachten kommen. Ich habe es nur einfach vor Weihnachten nicht mehr geschafft. Darum kommt es jetzt ja Neujahr als Neujahrsansprache. Naja, ist ja auch Ansprache, ihr redet ja mit mir nicht. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für euch. Und zwar gibt es in den nächsten Tagen, sobald ich das geschissen kriege, eine Kreativaustauschgruppe bei Facebook über den Stempelpalast. Also Stempelpalast-Kreativaustausch. Ich stelle dann auch den Link für die Gruppe bei Facebook online und auch hier auf meinem Blog, falls ihr eine Facebook-Account habt. Und in dieser Gruppe können wir also quasi dann schon mal virtuell anfangen, uns auszutauschen. Vielleicht entstehen da schon Themen, die wir dann auf diesem echten Treffen behandeln. Oder ihr habt Fragen und keine Zeit, zum Treffen zu kommen. Oder ihr wohnt zu weit weg, um zum Treffen zu kommen. Und mögt das lieber virtuell so in der Art. Projekte werde ich nach wie vor auf meinem Blog und auf meiner Facebook-Seite zeigen. In der Kreativaustauschgruppe zeigen dann auch die Mitglieder dieser Gruppe ihre Werke. Also wenn ihr Lust habt, kommt ihr da auch einfach dazu. Mein Weihnachtsgeschenk an euch für 2017. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr hoffe, ihr habt Lust drauf. So wie ich. Ja, ich glaube, ich habe auch schon alles Wichtige gesagt. Eines noch. Ich habe... Der Stempelpalast hat ein Weihnachtsgeschenk gekriegt. Ich war total aus dem Häuschen. Und zwar habe ich ein Weihnachtsgeschenk gekriegt von einer ganz lieben Kundin. Und ich versuche mal, ob ich euch das in die Kamera halten kann. Oder ob das zu groß ist. Denn ich habe schon mal angefangen zu basteln. Hier kann man jetzt so schön bunte Buchstaben aneinander reihen. Das Ding hängt bei mir jetzt im Wohnzimmer. Also eigentlich am Essplatz. Und da kann man dann immer schön sehen. Und ich werde euch zwischendurch auch immer, wenn ich das Ding umgebaut habe, ein aktuelles Foto online stellen natürlich, dass ihr da auch immer auf dem Laufenden seid. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über dein Weihnachtsgeschenk. Und ja, liebe Jessi, Dankeschön. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen tollen Start in 2018. Ganz viel Glück, ganz viel Gesundheit, ganz viel Frohsinn fürs neue Jahr. Damit alle eure Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Ein bisschen Zeit zum Innehalten, damit wir nicht ganz am Hamsterrad laufen. Und ja, eine tolle Zeit. Vielen Dank, dass es euch beim Stempelpalast gibt. Dass ihr mir so treu die Stange haltet. Und ja, ich wünsche euch noch einen tollen Feiertag. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017